Oh mein Gott, es ist Swift O'Clock. Keine Ahnung, ich erfinde jetzt mal diesen Begriff. Es ist nicht Swiffer Time, es ist Swifty Time. Ich brauche erstmal kurz einen Schluck aus meinem Kühlgetränk. Ich habe die Hoffnung, ihr habt auch euer Lieblingsgetränk, heiß oder kalt. Herzlich willkommen zu dieser neuen Ausgabe. Also, wie haben wir da wirklich einen in dieses Thema? Weil seit Tagen oder gefühlt seit Wochen, immer wenn ich so ein bisschen TikTok von der Jenny höre, geht es hier um Taylor Swift. Ich habe den Namen schon mal vor Jahren gehört, vor Jahren, 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 wo diese mit dieser Song Haters gonna hate, 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 players gonna play, 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 durchgestartet ist, noch viel früher wahrscheinlich. Aber was ist da gerade aktuell los? Willst du mich mal ein bisschen informieren, mich updaten, warum dieser ganze Hype? Ich meine, du hast mir auch mal ein Video gezeigt, wo die dann völlig hysterisch, wie bei Take That damals, reingekriechen haben und so voll am Verzweifeln sind. Dann gibt es irgendwie ein Special auf der Tour, da wird irgendwas in der Landessprache noch reingedröhnt ins Mikrofon. Ich kenne mich da nicht aus, erkläre mir den Hype, ist der Hype gerechtfertigt. Aber ich habe heute gelesen, chartmäßig hat der liebe Eminem, der Stim Shady, Rest in Peace, heißt er dann, hat er selber gesagt. Aber Eminem hat sie in den Albumcharts überholt, in den Verkäufen, in den Streams. Aber hören Sie mal bitte auf. Also, vorneweg gesagt, wir sind keine Swifties und ich persönlich habe Taylor Swift ehrlich gesagt gar nicht gekannt, Schande über mein Haupt. Und zwar kannte ich zwar den Namen Taylor Swift, aber ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, ist es ein Mann oder eine Frau. Und ich wusste, also irgendwie, ich dachte eigentlich ehrlich gesagt, es ist ein Mann. Und, also, ich habe darüber gar nichts gewusst. Auf jeden Fall, aber TikTok informiert und ich bin jetzt bestens informiert und würde tatsächlich auch auf so ein Taylor Swift-Konzert gehen. Was? Alleine durch diese ganzen Berichte, die ich da gehört habe. Aber was kostet ein Ticket? 280 Euro, glaube ich. 200 oder 280? Ja, okay, das ist diese Welttournee, ne? Ich glaube, das günstigste. Also, die Tour nennt sich die Eras-Tour, also Eras wegen den Ehren, also, nennt man das Ehren? Also, sie hat 17 Jahre, Eras, genau, sie hat 17 Jahre Musikgeschichte auf dem Rücken und da ist sie eben durch verschiedene Eras gegangen. Und diese Eras werden in dem Konzert wiedergespiegelt. Irgendwie hat sie, glaube ich, angefangen als Country-Sängerin mit 14 und dann, keine Ahnung, bis hin zum Hip-Hop. Irgendwann hat sie, glaube ich, mit wem hatte die da nochmal Beef? Mit dem... Mit Kanye West. Kanye West. Damals auf den Music Awards, MTV Music Awards, irgendwie, keine Ahnung, hat er ja gesagt, dass Beyoncé, dass er verdient hätte wie sie. Oder als sie. Also, irgendwie hat er da, ist er auf die Bühne oder irgendwie sowas? Ja, ja, der ist auf die Bühne ungefragt. Und ich glaube, dann irgendwie gab es dazu auch ein Lied, wo angeblich irgendwie, hat, glaube ich, Kanye West dann ein Lied gemacht, in dem er dann die Taylor Swift bösartig tituliert hat und dann hat aber die Freundin... Ja, ja, dass sie durch ihn bekannt geworden ist, diese... Nein, aber der hat die auch beschimpft und dann hat die Freundin, war das die Beyoncé oder... Nee, also seine damalige Lebensgefährtin oder Frau war die Kim Kardashian. Also, auf jeden Fall, die hätte behauptet, dass sie mit ihr telefoniert hätte und hätte das Goat, als er das singen darf, aber das war, da kam dann irgendwie raus, dass es eine Fälschung war, so irgendwas, habe ich gelesen. Naja, auf jeden Fall, das ist eine Welttournee, die sie macht, sie sind drei Städte in Deutschland, sie war jetzt in Swiftkirchen, weil Gelsenkirchen heißt nicht immer Gelsenkirchen, sondern Swiftkirchen. Jetzt ist sie gerade in Hamburg, heute ist Nacht zwei in Hamburg und dann ist sie auf jeden Fall noch in München, die war aber jetzt auch schon in England und also, es ist total verrückt. Also, die Amerikaner fliegen tatsächlich nach Europa, um an einem Konzert von ihr teilzunehmen, weil in Amerika die Konzerttickets unbezahlbar sind. Da kosten die Tausende von Dollars, also wirklich 8000 Dollar oder so für ein Konzertticket. Also, die Leute wurden da interviewt in Swiftkirchen und haben gesagt, dass tatsächlich ein Ticket günstiger ist, also ein Flugticket plus Eintrittskarte zum Taylor-Swift-Konzert in Deutschland ist günstiger wie ein Konzertticket in den USA. Ja, also das ist schon krass. Aber ganz kurz, viel krasser ist ja nicht nur die Preise, also viel krasser ist ja Leute, die das dann auf sich nehmen. Also, so wichtig muss es denen sein und da bin ich bei dem Punkt, ich werde es nie verstehen. Ich werde es nie verstehen. Also, auf jeden Fall hat Taylor Swift so eine richtige Fangemeinde, die nennt sich die Swifties. Oder? Richtig, ne? Und auf jeden Fall gab es jetzt auch schon Hate, weil Oliver Pocher war wohl mit Rammstein-Konzert auf dem Taylor-Swift-Konzert. Äh, ja, mit, was habe ich gesagt, mit? Achso, mit einem T-Shirt, genau. Und hat die Swifties als Swiffer bezeichnet. Er wäre jetzt auch ein Swiffer und hat da so ein bisschen abwertend geredet. Und deswegen haben die wirklich tatsächlich alle für ihn so Reels gedreht mit The Smallest Man Ever. Und zwar ist das ein Lied von, ja, The Smallest Man That Ever Lived. Und zwar ist das ein Lied von Taylor Swift. Und die haben das alle den Pocher quasi dann so gehatet, die Swifties. Ja, aber das ist wieder Publicity, genau wie er gerade wieder Exkurs, wie er wieder Stuck macht mit seiner Ex-Frau, mit der Amira. Dass sie doch, er hat sie darum gebeten, den Namen abzulegen, Pocher, weil ohne den Namen ist er eigentlich nichts, ne? Also, den Namen muss er nicht ablegen, aber soviel dazu. Ja, also auf jeden Fall, die Leute bereiten sich wirklich auf die Konzerte vor oder auf diese Eras-Tour schon seit Jahren, weil anscheinend ist Taylor Swift das erste Mal seit 14 Jahren wieder in Deutschland. Und da ist wirklich jung und alt, alles ist vertreten. Also zum Beispiel bei, also es gibt ein Lied, da verteilt sie immer einen Hut an Kinder. Also da können sich, ich weiß nicht, wie das funktioniert, auf jeden Fall ist bei jedem Konzert ein Mädchen. Das singt bei diesem einen Lied mit und dann geht Taylor Swift hin, umarmt die, klatscht sie ab. Die tauscht ein Freundschaftsband und das Kind kriegt den Hut, so einen schwarzen Hut von ihr. Und ich glaube heute oder ich glaube gestern oder heute wurde der 22. Hut verteilt, aber da dürfen tatsächlich nur Kinder dran teilnehmen. Und die Leute kommen tatsächlich auch in Kostümen von den verschiedenen Eras von ihr. Also zum Beispiel die Hip-Hop-Ära, dann kommen die so als Hip-Hopper verkleidet, dann so Highschool-Outfit gibt, dann aber auch so verschiedene Bodys. Also ganz, ich würde gerne hier was in diesem Video hier einblenden oder auch ein paar Soundfiles, aber dann ist wahrscheinlich wieder die Problematik mit irgendeinem Copyright-Claim, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber auf jeden Fall, die Leute, die basteln da echt wie die Wilden. Also ich habe da eine Fan, also ein Swifty gesehen, die hat einen Hut gebastelt und da hat die auf dem Hut mit Strasssteinen die verschiedenen Eras dargestellt. Und dann außen noch von diesen Friendship-Bracelets quasi nochmal was geschrieben. Und zwar diese Friendship-Bracelets habe ich jetzt auch in Erfahrung gebracht. Und zwar gibt es ein Lied, das singt Taylor Swift über diese Friendship-Bracelets. Also es gibt so einen Satz, wo sie da drüber singt. Und daraufhin haben die Swifties angefangen, diese Friendship-Bracelets eben zu basteln. Wie beim Wolfgang Petry. Nein, das kann man so nicht sagen. Hier, Freundschafts-Armbänder. Ja, ja, was sind das, wie hast du gesagt, Swifty-Bracelets mäßig? Ähm, nee, das sind so, das sind so Plastikperlen. Und da stehen Buchstaben drauf, da kannst du halt Eras-Tour schreiben oder sonst was. Auf jeden Fall, je mehr Armbänder, umso besser. Ich habe sogar eine Frau gesehen, ich glaube, die war älter als ich, die dort war. Die hat 500 Armbänder zum Tauschen gebastelt, weil diese Armbänder stehen quasi für Vertrauen und eine geborgene Gemeinschaft. Und dann werden die halt getauscht bei diesen Konzerten. Beziehungsweise unter den Fans, also unter den Swifties wird getauscht. Also ich merke, du hast schon wieder viel zu viel Information für mich. Man muss sagen, es ist richtig gut und nett und nice auf Neudeutsch. Also was ich richtig cool fand, ist Swift-Kirchen. Also es gab wirklich in Gelsenkirchen dann Straßenschilder mit Swift-Kirchen. Dann haben die so richtige Taylor-Swift-Areas aufgebaut. Also wo du dann so Selfie-Points hattest, wo du Bilder machen konntest. Dann, ich habe gesehen, am Eiskaffee wurde dann so Taylor-Swift irgendwie so, ich weiß gar nicht, so süße Teilchen oder Eis verkauft. Dann gab es einen extra Tattoo-Stand. Der hat Taylor-Swift-Tattoos gemacht an dem Tag, wo die Leute sich da zur Erinnerung in Tattoo stechen konnten, was mit Taylor-Swift zu tun hat. Dann, ja, wie gesagt, gab es verschiedene Fotospots und natürlich auch verschiedene Merchandise-Läden. Und es gibt Leute, die haben auch ein VIP-Ticket genommen für 700 Euro. Aber das VIP-Ticket heißt nicht, dass man in so einem VIP-Raum ist oder so, sondern einfach, dass man früher Zugang hat und vorne an der Bühne steht. Voll der Bullshit. Ja, und für diese 700 Euro erhebt. Warte, 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 auch keine Autogrammstunde. Nein. Kein Meet & Greet. Nein, du stehst einfach nur vorne an der Bühne. Auf jeden Fall gab es dazu aber Merchandise. Da hast du halt nochmal so ein Armband bekommen und ein Poster und was weiß ich. Und manche haben aber diese VIP-Tickets gekauft, weil sie einfach keine anderen Tickets mehr bekommen haben. Ja, klar, klar. Und die Leute können wirklich alles mitsingen, die krölen mit. Und es gibt so richtige Choreos, die da gemacht werden. Also keine Ahnung, Taylor Swift singt ein Lied, dann machen alle irgendwie zwei Klatscher. Dann, keine Ahnung, bei einem anderen Lied bei irgendeinem Satz gibt es drei Klatscher. Aber dann singt die... Umso mehr du mir erzählst, umso mehr gehe ich in diesen Cringe rein. Ich bin richtig drin. Keine Ahnung, singt die in anderen Sentence, da rufen die was. Dann gab es irgendwie ein Lied, dann haben die alle Plakate hochgehalten. Also, keine Ahnung, ich weiß gar nicht mehr, was da drauf stand. Also so irgendwie. Und dann gibt es ganze Fangemeinde, die hat dann auch ihre Fangemeinden erwähnt. Also die verschiedenen, wie nennt man das, Fanclubs, ne? Also so, es gibt halt Gruppen, die haben Namen. Da hatte ich sie sogar auf der Bühne erwähnt. Und die haben, manche haben da auch Tänze gemacht für sie. Und die Armbänder, also das war mit so Lichter. Und das wurde dann quasi gesteuert. Und bei den verschiedenen Äras gab es verschiedene Lichter für alle Äras. Und am Schluss haben sie bunt geleuchtet. Ich glaube, wenn man nach Hause geht, leuchtet es dann generell bunt. Und dann gibt es noch ein Lied. Und da, ich weiß auch nicht, da sind auf jeden Fall alle Tänzer rot angezogen. Und dann ist so ein dunkelhäutiger Tänzer, der steht immer auf. Also der ist so gebückt. Und dann sagt sie irgendwie, also sie hat so ein Sprechgesang an der Stelle von dem Lied. Und dann sagt er immer was auf der Landessprache. Also wenn der in Spanien ist, sagt er dann Satz auf Spanisch. Wenn der in England ist, jo, Englisch. Aber bei uns sagt er halt was auf Deutsch. Und bei der Swiftkirchen-Tour, also gibt es immer drei Konzerte. Also an drei Tagen gibt es ein Konzert. Also Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und er sagt immer was anderes. Also in Swiftkirchen war es in der ersten Nacht zum Beispiel, kannst du knicken. Ich glaube in der zweiten Nacht war es Zileine. Und in der dritten Nacht, weiß ich schon gar nicht mehr. Und in Hamburg war es, muss ich gucken. Was hat er gesagt? Im Leben nicht. Im Leben nicht, Alter. Hat die jetzt noch Auftritt in Deutschland? Ja, heute ist Hamburg-Tag, also nach zwei, dann morgen Hamburg nach drei und dann kommen noch München. Auch wieder drei Nächte. Aber ne, also wir kriegen, also eventuell kriegen wir auch dann Hate unter diesem Podcast, weil ich habe bei einem Video einfach nur mal die Frage gestellt, weil die Show geht dreieinhalb Stunden und die powert da voll durch. Die hat richtig ein geiles Bühnenbild. Die fährt da hoch, dann fährt sie in die Bühne rein, also runter. Ja, wieso kriegst du jetzt Hate? Ja, ich habe gefragt, ob an allen, weil ich habe es nicht gecheckt, weil da gab es Leute, die sind auf alle drei Nächte und ich dachte halt, das geht drei Tage, dieses Konzert und habe gefragt, ob das an allen drei Tagen dieselbe Show ist oder unterschiedliche, ne? Eigentlich eine legitene Frage, oder? Ja, dann hat einer. Oh, okay, jetzt geht es in die Kommentare rein. Rein in die Comment-Section below. Moment, ich muss gucken. Ja, aber war es, also, für mich, also, die macht dann doch an drei Tagen... Also, ich persönlich fand es auch eine legitime... Eigentlich dreimal dieselbe Show. Sie macht dreimal dieselbe Show, weil es nicht gereicht hat, dass eben alle kommen können anscheinend. Das Ding ist, für mich war es eine berechtigte Frage, weil eben teilweise Leute an drei Nächten hingehen. Ich habe das halt nicht gecheckt. Ich habe dieses Ausmaß an diesen Swifties anscheinend immer noch nicht verstanden. Also, du hast nicht verstanden, warum sich jemand dreimal dieselbe Show hintereinander gibt. Ja, ich habe halt gedacht, das ist was anderes. Ja, aber auf jeden Fall... Ja, aber vielleicht wollen wir die Person sehen wahrscheinlich, ne? So, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich natürlich, äh, bin ich halt jemand, der immer gern supportet. Und Support heißt ja auch, einen Kommentar einfach mal setzen. Und dachte natürlich auch, durch meinen Kommentar fördere ich das Video. Aber ich habe dann einen Kommentar zurückbekommen. Ähm, erster Abend Disco, zweiter Death Metal und dritter Gabba. Ja, total... Ob er jetzt Aber schreiben wollte oder Gabba, ich weiß es. Gabba, ja, total dämlicher Kommentar. Genau. So. Äh, das, und das Profil gefällt mir wieder wunderbar. Fünf Follower, null Beiträge gepostet und folgt 70 Leuten. Und als Profilbild ein Auto. Solche Personen liebe ich sowieso. Ja, komm, einfach, einfach abhaken, weiter geht's. Komplett, aber Moment... Das ist ja komplett dämlich. Das waren ja nicht alle so dämlich, das muss man auch dazu sagen. Moment... Ähm, weil... Einer hat dann gefragt, wieso sollte es unterschiedlich sein? Da habe ich geschrieben, ich dachte, es wäre eine Show, die drei Tage geht. Und dann hat einer geantwortet, es gibt auch Acts, die jede Show mit einer komplett anderen Setliste gestalten. Und dann schreibt der nächste, ja, aber keine Show, die dreieinhalb Stunden geht. Dann schreibt der nächste, Pearl Jam, spielt auch oft Shows mit zweieinhalb bis drei Stunden. Oftmals gibt es mit der Setliste vom Vortag kaum Übereinstimmungen. Nicht jeder ist gleich so ein großer Fan von Zwift, dass er weiß, wie es bei ihr abläuft. Daher finde ich die Frage durchaus berechtigt. Sehr nett. Das war ein guter Kommentar. Ähm, dann eine schreibt alles dieselben und das war's. Ja, also nochmal, also von so YouTube oder auch TikTok oder egal, wo die Kommentare stattfinden, muss man schon gut Abstand gewinnen. Und ich habe erst deutlich wieder von, ich weiß, JP, die Jenny verträgt da wieder die Augen, der Jean-Pierre, der hatte auch wieder, ich weiß nicht, ob es eine Fragerunde war oder keine Ahnung. Er hat auf jeden Fall in seiner Story gesagt, ihr könnt abstimmen, ob ich weiterhin mit YouTube machen soll oder nicht. Und je nachdem, wie es ausgeht, höre ich auf mit YouTube oder es geht weiter. Und dann zwei, drei Story später ging es, glaube ich, darum, weil er sich die Kommentare nicht mehr anschauen kann, weil die Negativ-Kommentare ihn zu sehr hops nehmen. Ja. Dann denke ich mir, komm, hör den Huf. Ich meine, bei denen läuft, die haben so viele Views, bei denen läuft, hör auf, in die Kommentare reinzuschauen. Mach das, lass das dein Social-Media-Team machen und fertig. Weil jetzt auch wie du, ich könnte mich auch jetzt richtig aufregen über den Typ. Ich denke mich, also ich werde da jetzt drunter, ich werde da jetzt drunter kommentieren. Immerhin habe ich mit meinem Kommentar was Gutes gemacht, weil ich habe dieses Video gepusht und das war auch Sinn von diesem Kommentar, ne. Ähm, so muss man das, glaube ich, einfach sehen, weil ansonsten wird man echt blöd. Aber auch jetzt, wo es gerade mit so einem YouTuber ganz steil geht, der eine Psychose fährt anscheinend und sowas. Die Leute machen sich Mühe in die Kommentare, also wirklich, die gehen so prätentiös in die Kommentare rein, so, die müssen ja scrollen teilweise. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Finden explizit das, was sie gerade brauchen oder das, was sie sich gewünscht haben. Kommentieren darauf und meinen, jetzt wird richtig was loszutreten. Dabei hilft es nur einem, es hilft dem Algorithmus, es hilft demjenigen, dem der Account gehört. Fertig, weil das Kommentar wird nichts bewirken. Null. Null. Naja, auf jeden Fall, ähm, der Knaller kommt ja jetzt. Der Knaller an der Sache ist, dass es jetzt wirklich wieder Hacker gibt, die die Accounts von Event-Team, von den Leuten hacken und diese Tickets verkaufen. Also, da hat eine heute drüber berichtet, die hat dann innerhalb von einer Stunde 500 Spam-Mails gekriegt, anscheinend einfach, um zu vertuschen, dass ihre Tickets verkauft wurden. Da hat sich jemand in ihr Event-Team, ähm, Account eingehackt, hat ihre vier Taylor Swift-Tickets verkauft. Sie hat dann auch eine Nachricht bekommen, irgendwie, dass das Geld ihr überwiesen wird, aber die hat ja gar keine Zahlungsinformation bei Event-Team angegeben. Deswegen, ähm, kann sie ja auch keine Zahlung erhalten, aber Event-Team hat zugesichert, dass sie sich drum kümmern und dass sie ihre Tickets zurückbekommt. Und jetzt hat Event-Team reagiert und hat dann wohl alle, ähm, Passwörter, müsste man halt mal, ja gut, wir haben kein Taylor Swift-Ticket gekauft. Also, die haben alle, ähm, Passwörter, zumindestens von einigen Taylor Swift, ähm, Leuten zurücksetzen lassen, dass die ihr Passwort neu vergeben müssen und haben da Sicherheitsmaßnahmen gemacht. Krass, ne? Ja, aber ich glaube, die Tickets sind lost. Gut, aber vielleicht, solange Event-Team sich ja drum kümmert, dass die, also, dass die wieder ihre, also, dass die hingehen können, ist es ja okay, sage ich mal, ne? Aber siehst du mal, wie krass das ist, ne? Was für Ausmaße das annimmt, äh, weil die Leute einfach so stier drauf sind, ne? Ja, und eine, Das ist so ein Hype. Ja, eine hat erzählt, da kann, du kannst irgendwie auch Front-of-Stage-Links, Front-of-Stage-Rechts-Tickets kaufen, weiß der Geier. Ja, und da ist sie, sind die wirklich um 4.30 Uhr aufgestanden, um da zu stehen, um ihre, ähm, Bändchen zu bekommen mit dem Sitzplatz. Und dann durften die um 8.30 Uhr wieder gehen, also konnten dann in die Fanstadt gehen, sich Sachen kaufen, essen oder keine Ahnung. Die sind dann nach Hause gefahren, weil die Freundin hat nur eine halbe Stunde weit weggewohnt. Und dann sind die um 14.00 Uhr pünktlich wieder gekommen, haben dann ihr Bändchen bekommen mit der, mit dem Stehplatz. Und die hatten halt Glück und waren direkt Front-of-Stage. Also richtig vorne, weil nicht so viele VIPs da waren anscheinend. Ähm, ja. Aber alle sagen, dass die Dixi-Klos wären Katastrophe. Ganz ehrlich, wo waren denn Dixi-Klos jemals hervorragend? Ja. Also, mal ganz ehrlich, mal abgesehen davon, dass es solche Idioten gibt, die dich dann noch umkicken, aber mit der Tür nach vorne, sodass die Tür halt eben auf dem Boden ist und du voll in einem Saft drin stehst. Also, nee. Also ich muss sagen, was ich von der Show gesehen habe, ist schon cool gemacht. Die ist ja auch mit diesem Superbowl-Gewinner zusammen. Ja, aber Rammstein macht auch coole Bühnenshows. Taylor, nee, wie heißt denn der ihren Freund? The Brady. Ja, genau. Und wenn der da ist, zum Beispiel die singt ein Lied und wenn er da ist, sagt sie den Satz anders, wie wenn er nicht da ist. Und auch total, die Berühmtheiten gehen dahin. Zum Beispiel Prince William war auch dort. Ja, natürlich geht er dorthin. Und hat geswiftet. Aber was sagen die denn? Also ich kenne die ja auch davon, dass sie innerhalb von einem halben Jahr zig 100 Flüge oder 100 irgendwas Flüge gemacht hat. Und da nicht unbedingt Carbon-Footprint-positiv-negativ-mäßig unterwegs waren. Yeah, I don't know. Ja, keine Ahnung. Natürlich aus der Geschichte von Kanye West, von dem Little Dis. Hey, aber ganz ehrlich, das mit den Friendship-Bracelets finde ich cool. Also nochmal, ich will das auch für mich auch mal so kurz ausplaudern hier. Ich finde es in Ordnung, wenn positive Energien entstehen. Finde ich sehr gut. Wenn dann auch so eine Subkultur entsteht für sich, wo die Leute sich untereinander verstehen. Ein Fitnessstudio ist für mich auch eine Subkultur. Die Fitnessstudio-Gänger und Bodybuilder. Alles schön und gut und recht. Aber erklär mir den Fanatismus, Alter. Ja, lustig ist ja... Die drehen ja komplett ab. Ja, lustig ist ja, dass sie bei der katholischen Kirche... Ähm... Pause. Also das Lustige ist, da gibt es so einen von der katholischen Kirche, habe ich im Internet gelesen, der hat geschrieben, weil sie hat das Lied Willow. Und bei Willow quasi machen die wie so ein... Also es wird gesagt, es ist ein Hexenritual, was die machen. Die haben da so die orangene Kugel in der Hand und tanzen da hin und her. Und dieser Bericht von der katholischen Kirche warnt davor, dass das Hexenbeschwörung ist. Und dass sie das ja nicht mit Absicht machen würde, aber müsste aufpassen, weil man würde die Hexen herbeirufen, wenn man da hingeht. Und haben die immer noch Hexen auf dem Schirm oder was? Ja, sie haben rote Haare auf den Scheiterhaufen. Also ich muss sagen, was ich gesehen habe, ist es eine geile Bühnenshow. Es gibt auch einen Film zu dieser Tour. Also ich finde, ich glaube, ich würde mir zumindest mal den Film auf jeden Fall angucken. Ich muss sagen, ich bin nicht so der Konzertgänger und schon gar nicht stehe ich auf diese Massen, die da sind. Und dieses Anstehen und das Ganze gedöhnt, das ist halt echt nichts für mich. Aber ich muss sagen, dass ich mir das Konzert von ihr mit Sicherheit angeguckt hätte und auch gerne angeguckt hätte, weil es sieht schon nach einer krassen Show aus. Also am Ende, wenn die in einem offenen Stadion ist, jetzt in Hamburg, das ist offen, da macht die dann auch ein Feuerwerk. Also richtig cool gemacht. Ich glaube, ich würde mich für Sitzplätze entscheiden, wenn ich da hingehen würde. Also ich finde es nicht schlecht und ich muss sagen, also so eine krasse Fangemeinde, das ist schon mega. Was die da machen, was für Kostüme die basteln und wie gesagt, mit diesen Freundschaftsarmbändern. Und ich finde, jeder, der Positivitäten die Welt trägt und das tut sie, der macht einfach, der leistet einfach einen guten Beitrag. Also definitiv. Das wollte ich auch sagen, sobald da was Positives dabei entsteht. Aber nochmal, diese Hysterie, also ich gehe von mir aus, ich höre mir ja vieles von irgendwelchen, also ich sage nicht, von Leuten, von denen du was lernen kannst. Aber ich verehre die so, also ich kann, ich kenne das mit dieser Verehrung nicht. Ja, also ich kenne dieses Gefühl nicht und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Da fehlt mir echt so der Empathieregler, dass ich komplett verzweifle. Jetzt stell dir mal vor, die sagt, ich mache jetzt keine Musik mehr. Die drehen die komplett, du echt? Oder die verlässt jetzt den Brady oder der Brady macht dies und das. Die verbinden die ja alle miteinander. Auf einmal ist das nicht mehr, dann hast du ja... Kannst du knicken. Zieh Leine, ja, zieh Leine. Also ja, das verstehe ich auch nicht. Aber ich muss halt sagen, ich stehe schon auf schräge, ausgefallene, übertriebene Sachen definitiv. Und also alleine so dieses, was ich da gesehen habe in Swiftkirchen, was da in der Stadt alles aufgebaut war. Und ich bin ja total der Merchandise-Freak, ja. Und diese Friendship-Bracelets. Also ich habe sogar zwei Gläser mit so Friendship-Dingern da im Schrank stehen, ohne dass ich, als ich sie gekauft habe, gewusst habe, dass das irgendwas mit Taylor Swift zu tun hat. Also das finde ich alles eine coole Sache mit dem Kostümieren und was die ganzen Leute gemacht haben. Das alles finde ich mega. Muss ich sagen, auch ihre Bühnenshow, wie gesagt, ist mega. Sie hat eine mega Ausstrahlung auch einfach. Tolle Kostüme an. Dann finde ich alles gut. Aber ja, so den Hype, das kann ich auch nicht nachdenken. Das hatte ich auch nie für irgendwas, so einen Hype. Also weder für Backstreet Boys noch für Take That. Da habe ich auch schon geschaut wie ein Fahrrad. Ja, das habe ich auch nicht verstanden, weil als Take That sich getrennt hat, war ich echt noch richtig klein. Da war ich, glaube ich, zehn oder so kann es sein. Also auf jeden Fall haben die ja geheult und haben sich da echt aus dem Fenster gestürzt und solche Geschichten. Das war ja wirklich in den Medien. Ähm, also das habe ich auch nicht verstanden. Überhaupt nicht. Nee, also... Aber ich war auch nie so ein Fan. Ich war auch nie so Backstreet Boys Fan oder so irgendwas. Also zu der Zeit, wo ich dann so Teenager war, 14, stand ich auf Punkrock. Da war für mich die Ärzte und die Toten Hosen gut. Aber jetzt mal ein ganz wilder Take jetzt von mir. Meinst du, das hat was damit zu tun? Mit dem Selbstwertgefühl eines Menschen, dass die sich da drin so verlieren. Dass die jemanden brauchen, um sich, keine Ahnung, gut zu fühlen, geborgen zu fühlen, um zu funktionieren, die sich wahrscheinlich in den Texten auch wiederfinden. Oder, boah, der Text ist genau mein Leben, wie ich es durchgemacht habe. Oder mein Struggle, den ich gerade durchleide. Kann dir das nicht sagen. Ich weiß es nicht, Alter. Also ich konnte mich halt mit solchen Stars, das war für mich so weit weg, ich konnte mich damit nicht identifizieren. Also ich war auf regionalen Konzerten von regionalen Punkbands, weil es waren für mich greifbare Menschen, die man wusste, wo die herkommen, welche Familie, die haben was für Namen, ja. Da war ich aber auch nicht mega gehypt. Klar, wir hatten hier so eine regionale Punkband, da waren wir mega der Fan. Alle Mädels konnten alle Lieder auswendig, ne. Also das war schon ganz cool, aber wir waren jetzt nicht verliebt in die und die haben sich auch getrennt, da hat jetzt auch keiner geweint oder so. Aber, ähm, nee, also ich kann den Hype nicht so. Ich habe das wirklich nicht gehabt. Ich war auch in meinem Leben auf wenigen Konzerten, von daher. Ich sage nur Linkin Park. Also da erinnere ich mich gar nicht. Ich weiß, wir hatten Sitzplätze und war das in Mimar, nee, das war in Ludwigshafen, oder? Nee, in Mannheim, in der SAP-Arena. In der SAP-Arena? Ja. Also das hat mich gar nicht getörnt. Dann hast du mich auf Bon Jovi-Konzert geschleppt. Das fand ich schon wieder geil, weil ich finde, Bon Jovi hat schon eine geile Bühnenshow und der Typ ist einfach sechst. Was? Du hast eine Bühnenshow gehabt. Der ist von links nach rechts gejobbt. Mit seinem knackigen Arsch. Er hat ein bisschen seinen Stab so gemacht, weil man hier so, manchmal, hier hat er so ein bisschen gemacht. Hat er hier so reingekriechen mäßig und dann... Nein, der hat eine Mundbewegung, wie der sein Mund, sein Riesenmundwerk bewegt, das ist sexy. Der hat einen Knackarsch in seiner Lederhose in seinem Alter, das ist schon, da kann man schon sagen, ho, ho. Aber ja, das war auch mal so ganz kurzzeitig so ein Erlebnis. In deinem Auto damals, in deinem Peugeot 206, durfte ich noch die CDs wechseln, ne? Ja. Mit Bon Jovi. Da wärst du noch nicht mal rot. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I wanna live. Ja, ja, jetzt ist es gut. Down in a bed of roses. Gut, dann machen wir mal Feierabend, oder? Ja, also als Fazit, go Swifties, ihr seid cool. Ich finde es nicht schlecht. Und wenn jemand Bock hat, kann er uns Bracelets zuschicken. Oh yeah. Aber auf alle Fälle, zuvor ein Kommentar lassen. Ich bazzle euch sogar euch eins zurück. Einen Kommentar lassen, ein Abo. Ja. Lasst ein Abo da. Lasst ein bisschen Liebe da. Swift Kirschen, Swift jetzt in Hamburg und dann in Swift München. Und dann gehe ich mal ganz geswift hier noch in den Live-Swift. Räum weiter. Räum weiter. Und sieh alleine. Eide. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Bleibt uns gesund, bleibt uns stabil. Bis zur nächsten Ausgabe. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Eide, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.